Agatha Christi Wiedersehen mit Mrs. Oliver Roman Wiedersehen mit Mrs. Oliver 1. Das Telefon läutete Miss Lemann, P.O.I. Roths bewährte Sekretärin, legte ihren Stenoblock beiseite, nahm den Hörer ab und sagte mit gleichgültiger Stimme, Trafalgar 81-37 Herkule Pvarö lehnte sich in seinem geradlinigen Stuhl zurück, schloss die Augen und trommelte nachdenklich mit den Fingern auf den Tisch Er fuhr im Geist fort, die eleganten Sätze des Briefes zu formulieren, den er eben zu diktieren angefangen hatte Miss Lemann legte eine Hand auf die Sprechmuschel und fragte leise, eine Voranmeldung aus Nasekoembi, der von Sahire Sind sie zu sprechen? Pvarö runzelte die Stirn, der Name des Ortes sagte ihm nichts Von wem werde ich verlangt? erkündigte er sich vorsichtig Miss Lemann fragte nach dem Namen, dann wandte sie sich wieder an Pvarö, von Mrs. Ariadne Oliver Herkule Pvarö hob die Augenbrauen Eine plötzliche Erinnerung, vom Wind zerzaustes graues Haar, eine Adlernase Er stand auf und nahm Miss Lemann den Hörer aus der Hand Hier Herkule Pvarö, verkündete er M. A. Herkule Pvarö persönlich, fragte die Telefonistin misstrauisch Pvarö versicherte ihr, dass er persönlich am Apparat sei Ich verbinde sie mit Mrs. Oliver, sagte die Stimme Die dünne Blechstimme der Telefonistin wurde von einem volltönenden Alt abgelöst Der Monsieur Pvarö veranlasste, den Hörer schnell um einige Zentimeter von seinem Ohr zu entfernen Sind sie es wirklich, M. Pvarö, fragte Mrs. Oliver In eigener Person, Madame Hier spricht Mrs. Oliver, ich weiß nicht, ob sie sich noch an mich erinnern Aber selbstverständlich erinnere ich mich an sie, Madame Wer könnte sie vergessen? Und doch kommt es vor sogar ziemlich häufig, erklärte Mrs. Oliver Ich glaube nicht, dass ich eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit bin Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich meine Frisur so oft verändere Aber das gehört nicht zur Sache Ich hoffe, dass ich sie nicht bei einer wichtigen Arbeit gestört habe Nein, nein Durchaus nicht, Madame Ich bin ja so froh, dass ich sie nicht störe Monsieur, ich brauche sie nämlich dringend Sie brauchen mich Ja, sofort Könnten sie sich gleich in ein Flugzeug setzen und herkommen Ich fliege nie, da ich dazu neige, luftkrank zu werden Ich auch Wahrscheinlich würde es auch gar nicht schneller gehen, als mit dem Zug zu fahren Denn der nächste Flugplatz ist in Exeter Und der ist meilenweit von hier entfernt Kommen sie mit dem Zug 12 Uhr vom Bahnhof Pettington nach Nasekoembi Aber wo sind sie, Madame Und um was handelt es sich? Nasse Haus Nasekoembi Ein Privatauto oder ein Taxi wird sie am Bahnhof in Nasekoembi erwarten Aber warum brauchen sie mich? Um was handelt es sich? Wiederholte Poirot erregt Meistens steht das Telefon an den ungeeignetsten Orten Bemerkte Mrs. Oliver Dieses hier ist in der Diele Leute gehen vorbei Unterhalten sich Ich kann gar nicht richtig verstehen Aber ich erwarte sie Alle hier werden entzückt sein Sie kennen zu lernen Auf Wiedersehen Ein lautes Knacken der Hörer war aufgelegt worden Quarrow legte nun seinerseits den Hörer mit erstaunter Miene auf und murmelte etwas vor sich hin Miss Lemann Die ihm mit gezücktem Bleistift und uninteressierter Miene gegenüber saß Wiederholte den letzten Satz Den Quarrow ihr vor der Unterbrechung diktiert hatte Gestatten sie mir Ihnen zu versichern Dass ich ihre annahme Quarrow winkte ab Das war Mrs. Oliver Erklärte er Ariadne Oliver Die bekannte Autorin Sie schreibt Kriminalromane Vielleicht haben sie mal eines ihrer Bücher gelesen Das Er unterbrach sich Weil ihm einfiel Dass Miss Lemann sich nur mit wertvoller Literatur beschäftigte und Kriminalromane und ähnliches mit Verachtung strafte Sie wünscht Dass ich sofort nach der von Sahire komme In 35 Minuten geht mein Zug Miss Lemann runzelte missbilligend die Stirn Da bleibt ihnen nicht viel Zeit Meinte sie Aus welchem Grund ist ihre Anwesenheit erforderlich Eine berechtigte Frage Leider hat sie den Grund nicht angegeben Wie sonderbar Warum nicht Weil sie fürchtete Dass jemand zuhören könnte Sagte Herkule Pvarrow nachdenklich Ja Das gab sie mir ganz deutlich zu verstehen Also wirklich Empörte sich Miss Lemann Was die Leute von ihnen erwarten Man kann doch einen bedeutenden Mann wie sie nicht so einverstanden Einfach in ein wildes Abenteuer hetzen Ich habe schon oft festgestellt Dass Künstler und Schriftsteller unausgeglichene Menschen sind und die Dinge nicht richtig beurteilen können Soll ich vielleicht telefonisch ein Telegramm durchgeben Bedauere nicht möglich London zu verlassen Sie griff nach dem Telefon Pvarrow hinderte sie daran Den Hörer abzunehmen Du Taot Sagte er Im Gegenteil Bitte bestellen sie mir sofort ein Taxi Er erhob die Stimme George Packen sie meine Toilettensachen in den kleinen Handkoffer Und bitte schnell Sonst verpasse ich meinen Zug 2 Der Zug hatte etwas über 180 Meilen der Gesamtstrecke von 212 Meilen zurückgelegt Und absolvierte nun langsam vor sich hin Puffend Gleichsam entschuldigend Die letzten 30 Meilen bis zum Bahnhof von Nasekoembi Nur ein Reisender stieg aus Hercule Pvarrow Er kletterte vorsichtig aus dem Abteil zwischen den Stufen und dem Bahnsteig War ein gefährlicher Zwischenraum und sah sich um Der einzige Gepäckträger war im Innern des Gepäckwagens am Ende des Zuges beschäftigt Pvarrow nahm seinen Handkoffer und ging über den Bahnsteig zum Ausgang Er gab seine Fahrkarte am Schalter ab und verließ das Bahnhofsgebäude Vor dem Bahnhof stand ein großer Humber-Salonwagen Und ein uniformierter Fahrer kam auf ihn zu M. Hercule Pvarrow Er kündigte er sich respektvoll Er nahm Pvarrow seinen Koffer ab und öffnete den Wagenschlag Sie fuhren über die Bahnhofsbrücke und bogen in einen Weg ein Der an beiden Seiten von hohen Hecken eingefasst war Man hatte eine herrliche Aussicht auf einen Fluss und auf nebelblaue Hügel in der Ferne Der Fahrer hielt einen Augenblick neben der Hecke an Der Flusshelm, erklärte er, und dort hinten liegt Dartmoor Es war klar, dass Bewunderung erwartet wurde Und Pvarrow murmelte pflichtschuldigst Magnifique, obwohl er nicht viel Sinn für Naturschönheit hatte Ein gepflegter Küchengarten hätte ihn mehr beeindruckt Zwei Mädchen, die mühsam bergauf gingen, kamen am Auto vorüber Sie trugen kurze Hosen und bunte Kopftücher und schleppten schwere Rucksäcke Ganz in unserer Nähe ist eine Jugendherberge, Howdown Park Bis vor kurzem das Eigentum von M.R. Fletcher Erklärte der Fahrer, der sich offensichtlich zum Fremdenführer von Defons Haire berufen fühlte Die Jugendherbergsvereinigung hat das Grundstück und das Haus gekauft Das im Sommer meistens gepackt voll ist Über hundert Jugendliche können da übernachten Aber mehr als zwei Nächte dürfen sie nicht bleiben Dann müssen sie weiter wandern Jungen und Mädchen hauptsächlich Ausländer Pvarrow nickte geistesabwesend Er dachte und nicht zum ersten Mal Dass kurze Hosen, besonders von hinten gesehen Nur bei wenigen weiblichen Wesen vorteilhaft wirkten Er schloss gequält die Augen Warum, oh warum mussten sich die jungen Damen so zurichten Diese scharlachroten Schenkel waren ganz besonders reizlos Sie scheinen schwer beladen zu sein, murmelte er Allerdings, und es ist ein weiter Weg vom Bahnhof oder von der Autobushaltestelle nach Howdown Park über zwei Meilen Er zögerte Wenn sie nichts dagegen haben, Monsieur Pvarrow, könnten wir sie vielleicht ein Stückchen mitnehmen Mit dem größten Vergnügen, stimmte Pvarrow wohlwollend zu Hier saß er ganz allein in einem fast leeren Auto Während die beiden jungen Mädchen stöhnend und schwitzend unter der Last ihrer schweren Rucksäcke über die Landstraße wanderten und keine Ahnung hatten Wie man sich anziehen musste, um dem anderen Geschlecht zu gefallen Der Fahrer ließ den Motor an, fuhr ein paar Meter weiter und hielt neben den beiden Mädchen Ihre roten, verschwitzten Gesichter blickten ihn erwartungsvoll an Pvarrow öffnete die Tür, und die Mädchen stiegen ein Ist sehr liebenswürdig, bitte, sagte eine der beiden, ein blondes Mädchen, mit einem ausländischen Akzent Weg ist länger, als wir dachten, jawohl Das andere Mädchen, das ein hochrotes, sonnenverbranntes Gesicht und kastanienbraune Locken hatte, die unter dem Kopftuch hervorsahen, nickte nur mehrmals mit dem Kopf, zeigte die Zähne und murmelte Grazie Das blonde Mädchen fuhr lebhaft fort Ich nach England kommen für zwei Wochen Ferien Ich komme von Holland Ich mögen England sehr viel Ich gewesen in Stratfort an Avon Schakspiare Theater und auf Burg Worik und habe gesehen Klufeli und Kathedrale in Exeter und Torquay sehr hübsch und jetzt komme zu berühmtem Naturschönheitsplatz und morgen über Fluss nach Plymouth, wo Entdeckung von neuer Welt wurde begonnen von Plymouth Und sie, Signorina Pvarrow wandte sich an das andere Mädchen Aber das lächelte nur und schüttelte seine Locken Sie nicht sprechen viel Englisch Pastete nicht gut, wenn Wetter heiß Sie alles, was ihnen unter die Finger kommt Für die Füllung aber auch alles Er ließ den Wagen wieder an und bog in die Straße zur Rechten ein, die bald darauf in einen dichten Wald führte Dabei gab er ein zusammenfassendes Urteil über die Bewohner der Jugendherberge Sie fuhren weiter durch den Wald, einen steilen Hügel hinunter, dann durch ein schmiedeeisernes Tor und hielten schließlich vor einem großen, weißen georgenischen Haus, mit der Aussicht auf den Fluss Der Fahrer öffnete die Wagentür Sie mündete schließlich in einen offenen, runden Platz, der von einer Steinbrüstung umgeben war Auf der Brüstung saß Mrs. Oliver Sie stand auf, um ihn zu begrüßen, und dabei rollten mehrere Äpfel von ihrem Schoß auf die Erde Äpfel schienen nun einmal unweigerlich zu Mrs. Oliver zu gehören Ich weiß nicht, warum ich immer alles fallen lasse, murmelte Mrs. Oliver etwas undeutlich, denn sie kaute gerade ein großes Stück Apfel Wie geht es Ihnen, Empwarer Trispin, Cheremedam, erwiderte Pwarer Und Ihnen Mrs. Oliver sah etwas anders aus als bei ihrer letzten Begegnung, und das lag daran wie sie schon am Telefon angedeutet hatte, dass sie mit ihrem Haar neue Experimente gemacht hatte Als Pwarer sie zuletzt gesehen hatte, machte Mrs. Olifers Frisur einen sturmzerzausten Eindruck Heute war ihr Haar tiefblau gefärbt, und unzählige Löckchen türnten sich im Pseudomarkis-Stil auf ihrem Kopf Dieser Stil endete bei ihrem Nacken, und den Rest hätte man wohl eher als praktische Landmode bezeichnen können Sie trug ein dottergelbes, Rausetwed-Kostüm und einen giftgrünen Pullover Ich wusste, dass sie kommen würden, bemerkte Mrs. Oliver fröhlich, als sie wieder ungehindert sprechen konnte Das können Sie unmöglich gewusst haben, sagte Pwarer streng Oh doch! Ich frage mich noch immer selbst, warum ich eigentlich hier bin Diese Frage kann ich Ihnen leicht beantworten, aus Neugierde Pwarer sah sie belustigt an Ihre berühmte weibliche Intuition hat sie ausnahmsweise einmal in die falsche Richtung geführt Machen Sie sich nicht über meine weibliche Intuition lustig Habe ich den Mörder nicht immer sofort entdeckt Pwarer schwieg galant, er hätte ihr antworten können, vielleicht beim fünften Versuch, und auch dann nicht immer Stattdessen sah er sich um und bemerkte Sie haben hier ein wirklich herrliches Grundstück Finden Sie Aber es gehört mir nicht, Mpwarer Hatten Sie das geglaubt? Nein, nein, es gehört einer Familie Stubbs Wer ist das? Eigentlich niemand, erklärte Mrs. Oliver Schwerreiche Leute Ich bin nur beruflich hier Wahrscheinlich wollen Sie Lokalkenntnisse für eins Ihrer Chefs D-Aufre sammeln Nein, nein Ich bin zu einem anderen Zweck hier Ich soll einen Mord inszenieren Pwarer starrte sie entgeistert an Keinen echten Mord? Versicherte Mrs. Oliver Morgen ist hier ein Gartenfest Und als ein neuartiges Gesellschaftsspiel soll anstatt einer Schatzsuche eine Mörderjagd stattfinden, die ich arrangiere Man hat mir ein außergewöhnlich hohes Honorar dafür angeboten, dass ich hierher kommen und mir die Sache ausdenken soll Und eigentlich macht es mir Spaß, es ist wenigstens einmal eine Abwechstung Und wie soll das vor sich gehen? Natürlich werden wir ein Opfer haben und Anhaltspunkte und Leute, die unter Verdacht stehen Alles ziemlich konventionell Sie wissen schon Ein Wemp Ein Erpresser Ein junges Liebespaar Ein unheimlicher Butler und so weiter Man bezahlt zwei Schillingeintritt Dann gibt man ihnen den ersten Anhaltspunkt Danach müssen sie das Opfer finden und die Mordwaffe und sagen Wer es gewesen ist Und das Motiv feststellen Natürlich gibt es Preise Sehr bemerkenswert Meinte Pwarer Das Ganze ist gar nicht so leicht Wie es ihnen erscheinen mag Sagte Mrs. Oliver kläglich Weil es sich um lebende Menschen mit normaler Intelligenz handelt Und in meinen Büchern brauchen sie nicht viel Verstand zu haben Und haben sie mich herkommen lassen Um ihnen bei diesem Gesellschaftsspiel zu helfen Pwarer gab sich keine große Mühe Seinen Ärger zu verbergen Nein, nein wo denken sie hin? Versicherte Mrs. Oliver Ich habe bereits das Nötige unternommen Alles ist bereit Nein Ich habe sie aus einem anderen Grund her gebeten Und zwar Mrs. Oliver hob die Hand in die Höhe Und war gerade im Begriff Sich verzweifelt durch die Haare zu fahren Als sie sich ihrer neuen komplizierten Frisur erinnerte Stattdessen machte sie ihren Gefühlen dadurch Luft Dass sie an ihren Ohrleppchen zupfte Wahrscheinlich bin ich eine alte Narin Aber ich bilde mir ein Dass hier irgendetwas nicht in Ordnung ist 3 Während des darauf folgenden kurzen Schweigens starte Pwarer sie an Dann fragte er scharf Irgendetwas nicht in Ordnung Inwiefern? Ich weiß es nicht Das sollen sie ja eben herausfinden Aber ich habe mehr und mehr das Gefühl Dass man mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hergelockt hat Meinetwegen können sie mich für verrückt halten Aber ich kann nur sagen Ich wäre nicht erstaunt Wenn morgen hier ein wirklicher Mord geschehen würde Pwarer starrte sie wieder an Und sie starrte herausfordernd zurück Sehr interessant Meinte er schließlich Sie halten mich wohl für völlig übergeschnappt Erkündigte sich Mrs. Oliver Auf einen solchen Gedanken würde ich niemals kommen Madame Außerdem weiß ich aus alter Erfahrung Wie viel sie von Intuition halten Man kann die Dinge bei verschiedenen Namen nennen Sagte Pwarer Ich bin fest davon überzeugt Dass sie irgendetwas gesehen oder gehört haben Das ihren Argwohn erregt hat Aber dass sie vielleicht selbst nicht genau wissen Was sie so beunruhigt Sie sind sich nur des Resultats bewusst Wenn ich es vielleicht folgendermaßen ausdrücken dürfte Sie wissen selbst nicht Was sie wissen Wenn sie wollen Können sie das Intuition nennen Ich komme mir so unbeschreiblich töricht vor Weil ich nichts mit Bestimmtheit behaupten kann Meinte Mrs. Oliver kläglich Wir werden's schon herausfinden Versprach Pwarer ermutigend Sie glauben Dass man sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hergelockt hätte Nicht wahr Können sie das etwas deutlicher erklären Das ist ziemlich verwickelt Es ist doch sozusagen mein Mord Ich habe ihn mir ausgedacht und alles bis ins Detail geplant Jeder Der Schriftsteller kennt Weiß Dass ihnen nichts so verhasst ist wie die Vorschläge anderer Leute Großartig Aber wäre es nicht besser Wenn A dieses täte und B jenes wäre es nicht eine wundervolle Idee Wenn A anstelle von B das Opfer wäre oder wenn D anstatt E den Mord begangen hätte Dann möchte ich nur antworten Also gut Wenn Ihnen das besser gefällt Dann schreiben Sie es doch selber Pwarer nickte Und das hat sich ereignet Nein Es war nicht ganz so Man hat mir dumme Änderungen vorgeschlagen Dann bin ich aufgebraust Und man hat nachgegeben Aber trotzdem auf irgendeinem unwichtigen Vorschlag bestanden Und weil ich mich der wichtigen Änderungen wegen auf die Hinterbeine gestellt hatte Ließ ich den unwichtigen Vorschlag durchgehen Ohne dass mir das im Augenblick zum Bewusstsein gekommen wäre Ich verstehe Sagte Pwarer Es wird zur Methode gemacht Etwas ganz Sinnloses vorzuschlagen Auf das es aber im Grunde gar nicht ankommt Das wirkliche Ziel ist der kleine Unwichtig erscheinende Vorschlag meinen Sie das Das trifft den Nagel auf den Kopf Entgegnete Mrs. Oliver Es ist natürlich durchaus möglich Dass ich mir alles nur einbilde Aber irgendwie habe ich das Gefühl Dass hier merkwürdige Dinge vor sich gehen Und dass eine unheimliche Atmosphäre herrscht Wer hat Ihnen die Änderungen vorgeschlagen Mehrere Leute Wenn Sie nur von einer Person stammten Wäre ich meiner Sache sicherer Aber der Vorschlag kam von verschiedenen Seiten Obwohl ich glaube Dass nur eine Person dahinter steckt Eine Person Die andere Völlig harmlose Leute vorschiebt Haben Sie eine Ahnung Wer diese eine Person sein könnte Mrs. Oliver schüttelte den Kopf Jemand Der sehr klug ist und sehr vorsichtig Stellte sie fest Mehr weiß ich nicht Jeder von Ihnen könnte es sein Wie setzt sich die Gesellschaft zusammen? Fragte Poiror Die Anzahl der Personen Kann doch wohl nicht allzu groß sein Also Da ist zunächst einmal Sir George Stubbs Dem dieser Besitz gehört Begann Mrs. Oliver Ich würde ihn als reich und gewöhnlich Und nicht sehr klug bezeichnen Abgesehen von geschäftlichen Dingen In denen er allerdings außergewöhnlich Gerissen zu sein scheint Und dann hätte Lady Stubbs Etwa 20 Jahre jünger als er Eine schöne Person Aber strodum Ich halte sie sogar für geistig minderbemittelt Sie heiratete ihn natürlich des Geldes wegen Sie hat nur Schmuck und Kleider im Kopf Dann Michael Weyman Architekt Jung Gut aussehend Zwanglos gekleidet Mit leicht künstlerischem Touch Er hat einen Tennis-Pavillon für Sir George entworfen Und er repariert das Fali Das Fali was ist das? Eine Art Sommerhäuschen Das wie ein Tempel gebaut ist weiß Mit Säulen Diese sogenannten Falas sind zur Zeit von Königin Victoria In vielen Parks und Privatbesitzungen erbaut worden Eine wichtige Rolle spielt Miss Brevis Sie ist gleichzeitig Sekretärin und Haushälterin Schreibt Briefe und kümmert sich um alles Sie ist sehr tüchtig und energisch Und dann gibt es noch verschiedene Nachbarn Die bei den Vorbereitungen mithelfen Ellie Clegg und seine Frau Sally Die ein kleines Häuschen am Fluss gemietet haben Und Captain Warburton Sir Georges Verwalter Und M.A. und Mrs. Masterton So wie die alte Mrs. Foliad Die im ehemaligen Förtnerhaus wohnt Und deren verstorbener Mann Der ursprüngliche Besitzer von Nasse war Aber sie sind verarmt Die Söhne sind im Krieg gefallen Dann kamen die hohen Erbschaftssteuern Und sie, die einzige und letzte Erbin Musste den Besitz verkaufen Quareu überlegte einen Augenblick Aber vorläufig waren diese Personen für ihn nichts als Namen Er kam auf den springenden Punkt zurück Wessen Idee war die Mörderjagd? Ich glaube, es war die Idee von Mrs. Masterton Sie ist die Frau des Parlamentsabgeordneten des Bezirks Und eine glänzende Organisatorin Sie hat Sir George dazu überredet Das Gartenfest zu veranstalten Das Haus war lange unbewohnt Und sie glaubt Dass die Leute gern Eintritt zahlen werden Um Haus und Park sehen zu können Das scheint mir eine ziemlich einleuchtende Idee zu sein Sagte Quareu Ganz plausibel Sie scheint plausibel zu sein Aber sie ist es nicht Entgegnete Mrs. Oliver störrisch Ich sage Ihnen M. Quareu Irgendetwas ist nicht Wie es sein sollte Quareu sah Mrs. Oliver nachdenklich an Und Mrs. Oliver erwiderte seinen Blick Wie haben Sie meine Gegenwart erklärt? Weshalb haben Sie mich aufgefordert herzukommen? Das war ganz einfach Sagte Mrs. Oliver Sie werden morgen die Preise für die Mörderjagd verteilen Alle brennen schon darauf Sie kennen zu lernen Ich habe gesagt Dass Sie ein alter Bekannter von mir seien Dass ich Sie wahrscheinlich dazu überreden könnte Herzukommen Und dass Ihr Name eine großartige Reklame Für das Gartenfest sein würde Und Ihr Vorschlag wurde ohne weiteres angenommen Ich erzählte Ihnen doch schon Wie sehr sich alle darauf freuen Ihre Bekanntschaft zu machen Mrs. Oliver hielt es für unnötig zu erwähnen Dass einige der jüngeren Leute gefragt hatten Wer ist dieser Herkule Pvarö eigentlich? Ausnahmslos Hat wirklich niemand Einwände gemacht? Mrs. Oliver schüttelte den Kopf Wie schade Meinte Herkule Pvarö Sie glauben Das hätte uns einen Anhaltspunkt geben können Ein eventueller Verbrecher würde mein Erscheinen wohl kaum begrüßen Ich nehme an Dass Sie das Ganze für eine Erfindung von mir halten Bemerkte Mrs. Oliver unglücklich Ich muss zugeben Dass ich bis zu dem Moment Da ich begann Mich mit Ihnen zu unterhalten Nicht wusste Wie unbegründet mein Verdacht erscheinen muss Beruhigen Sie sich Sagte Pvarö gutmütig Ich bin neugierig und interessiert Wo wollen wir anfangen? Mrs. Oliver sah auf ihre Uhr Es ist gerade Zeit zum Tee Wir werden jetzt zum Haus gehen Und dann kann ich Sie mit allen bekannt machen Sie gingen nicht auf demselben Weg zurück Auf dem Pvarö gekommen war Dieser Pfad schien in die entgegengesetzte Richtung zu führen Auf diesem Weg kommen wir am Bootshaus vorbei Erklärte Mrs. Oliver Während sie noch sprach Wurde das Bootshaus sichtbar Es war ein malerisches Häuschen mit einem Strohdach und einem Vorsprung Der über den Fluss hinausragte Hier wird die Leiche gefunden Werden die Leiche für die Mörderjagd Meine ich Erklärte Mrs. Oliver Und wer soll umgebracht werden? Ein junges Mädchen Eine Tramperin Die aber eigentlich die Frau eines Atomwissenschaftlers ist Sagte Mrs. Oliver Pvarö zwingerte mit den Augen Natürlich sieht es so aus Als habe der Atomwissenschaftler sie ermordet Aber so simpel ist es dann doch nicht Bemerkte Mrs. Oliver Wie könnte es Da sie die Geschichte erfunden haben Mrs. Oliver nahm das Kompliment mit einer holdvollen Gäste zur Kenntnis In Wirklichkeit wurde sie vom Gutsherrn ermordet Das Motiv ist sehr originell Und ich glaube nicht Dass viele Leute darauf kommen werden Obwohl der fünfte Anhaltspunkt einen ganz deutlichen Fingerzeig enthält Pvarö zog es vor Sich nicht weiter mit den Feinheiten von Mrs. Olifers raffiniertem Plan abzugeben Er stellte stattdessen eine praktische Frage Und wo finden sie eine geeignete Leiche Bei den PfadfinderInnen Belehrte ihn Mrs. Oliver Eigentlich sollte Sally Legg das Opfer sein Aber dann wurde entschieden Dass sie sich lieber als Wahrsagerin verkleiden Und die Zukunft voraussagen solle Wir haben statt ihrer ein anderes junges Mädchen gefunden Es heißt Marlene Tucker Ist nicht übertrieben intelligent und schnüffelt ein bisschen Wir brauchen nur einen Rucksack und ein Bauerntuch Und alles Was die Gute zu tun hat Ist Sich auf den Boden zu legen Und sich einen Strick um den Hals zu legen Sobald sie jemanden kommen hört Ziemlich langweilig für die arme Kleine Allein im Bootshaus zu bleiben Bis sie gefunden wird Aber ich werde ihr einen Stapel Witzblätter Und illustrierte Zeitschriften geben Mit denen sie sich die Zeit vertreiben kann Auf einer der Zeitschriften Ist übrigens ein weiterer Hinweis auf den Mörder angebracht Und so ergibt sich eins aus dem anderen Ihr Erfindungsgeist ist einfach fabelhaft Meinte Poirer An was sie alles denken Mir fällt es niemals schwer Mir Dinge auszudenken Sagte Mrs. Oliver Mein Unglück ist Dass mir zu viel einfällt Dann wird alles zu kompliziert Und man muss auf einige der Einfälle verzichten Was einem natürlich nicht leicht fällt Wir gehen jetzt diesen Weg hinauf Sie begann einen steilen Zickzackweg hinauf zu steigen Der in ziemlicher Höhe parallel zum Fluss verlief Und schließlich auf einen Platz mündete In dessen Mitte sich ein kleiner Weißer Von Pilastern umrahmter Tempel befand Davor stand ein stirnrunzelnder junger Mann In abgetragenen Flanellhosen und einem giftgrünen Sporthemd Er drehte sich schnell zu ihnen um M.A. Michael Weyman M.Hercule Pwarer Stellte Mrs. Oliver vor Der junge Mann antwortete mit einem leichten Kopfnicken Die Leute errichten diese Lusthäuschen wirklich an den unmöglichsten Orten Sagte er bitter Dieser Tempel hier ist erst vor einem Jahr erbaut worden Er ist nicht einmal besonders hässlich und passt zum Stil des Hauses Aber warum steht er gerade hier? So etwas sollte man sehen können Es sollte auf einem erhöhten, freien Platz stehen Inmitten eines Rasens Der von einer hübschen Blumenrabatte umgeben sein müsste Aber dieses arme kleine Ding steht hinter Bäumen verborgen und ist unsichtbar Man müsste erst einmal etwa 20 Bäume fällen Damit man es wenigstens vom Fluss aus sehen könnte Vielleicht war das der einzig mögliche Platz Meinte Mrs. Oliver Michael Weyman grunzte ärgerlich Der Grasabhang neben dem Haus wäre der ideale Platz gewesen Aber nein, diese Big-Business-Typen sind alle gleich keinen Sinn fürs Künstlerische Sir George will ein Sommerhäuschen haben Ein Fali, wie er es nennt Und bestellt sich eins Er sucht nach einem Platz Auf den er es stellen kann Da stürzt zufällig bei einem Sturm eine riesige Eiche um und hinterlässt eine hässliche Lücke Da werden wir das Fali aufbauen Sagt der dumme Kerl Er hat ein Beton-Fundament Erläuterte Weyman Und darunter ist lockere Erde Der Beton ist bereits an mehreren Stellen gesprungen Bald wird es lebensgefährlich werden Am besten sollte man das Ganze abreißen und oben am Grasabhang neu aufbauen Das ist mein Rat Aber der halsstarrige Altena hört nicht auf mich Und was ist mit dem Tennis-Pavillon? Fragte Mrs. Oliver Das Gesicht des jungen Mannes verfinsterte sich noch mehr Er will eine Art chinesischer Pagoda haben Erklärte er stöhnend Vielleicht noch mit Drachen Und nur deshalb Weil Lady Stubbs gern Kuli-Hüte trägt Da kann man die Lust daran verlieren Architekt zu sein Leute mit gutem Geschmack haben nicht das Geld Sich etwas bauen zu lassen Und die anderen bestellen sich die größten Scheußlichkeiten Darf ich Ihnen mein volles Mitgefühl aussprechen? Sagte Pwarrer Wofür hält sich Sir George Stubbs eigentlich? Fuhr der Architekt ärgerlich fort Während des Krieges hat er für die Admiralite Gearbeitet an einem sicheren Ort in den Bergen Aber er hat sich einen Vollbart wachsen lassen Um anzudeuten, dass er aktiv bei der Marine war Das wird allgemein gesagt Und schwerreich ist er Er stinkt vor Geld Schließlich müsst ihr Architekten jemanden finden Der Geld ausgeben kann Sonst wärt ihr arbeitslos Meinte Mrs. Oliver mit unbestreitbarer Logik Sie ging entschlossen auf das Haus zu Pwarrer und der verstimmte Architekt folgten ihr Diese Industriekapitäne haben keine Ahnung von Architektur Bemerkte Weyman bitter Wenn die Fundamente morsch sind Ist alles morsch Das sind weise Worte Sagte Pwarrer Sehr weise Jetzt wurde das Haus sichtbar Es hob sich weiß und imposant vom Hintergrund der großen Dunklen Bäume ab Wirklich ein herrliches Haus Murmete Pwarrer Er will einen Billiardsaal anbauen Zischte Weyman giftig Auf dem Grashang war eine alte Dame damit beschäftigt Mit einer Gartenschere die Sträucher zu stutzen Sie kletterte schwer atmend zu ihnen hinauf Alles hier ist jahrelang vernachlässigt worden Erklärte sie Und heutzutage ist es schwer Einen Gärtner zu finden Der etwas von Sträuchern versteht Der Hügel sollte im März und April eigentlich wie ein Farbenmeer aussehen Aber dieses Jahr war es sehr enttäuschend All dies tote Holz hätte bereits im vorigen Herbst abgesägt werden sollen Im Herkule Pwarrer Mrs. Folliard Stellte Mrs. Oliver vor Die alte Dame strahlte Also sie sind der große Herkule Pwarrer Wie reizend von ihnen Dass sie uns morgen helfen wollen Diese kluge Dame hier hat sich ein hochinteressantes Problem ausgedacht Etwas ganz Neues Pwarrer war über das hultvolle Auftreten der alten Dame leicht erstaunt Sie benahm sich Als wäre sie die Gastgeberin Er erklärte höflich Mrs. Oliver ist eine alte Freundin von mir Und es ist mir ein Vergnügen Ihr behilflich sein zu können Ein prachtvoller Besitz und ein außergewöhnlich schönes und herrschaftliches Haus Mrs. Folliard nickte wohlwollend Er ist vom Urgroßvater meines Mannes im Jahre 1790 erbaut worden Früher stand hier ein elisabethanisches Haus Das bereits verfiel Als es im Jahre 1700 durch einen Brand völlig vernichtet wurde Unsere Familie hat hier seit 1598 gelebt Ihre Stimme klang ruhig Fast unbeteiligt Pwarrer sah die alte Dame aufmerksam an Sie war eine sehr kleine Aber kräftige Person in einem etwas schäbigenden Tweedkostüm Am auffallendsten waren ihre klaren Porzellanblauen Augen Über ihrem grauen Haar trug sie ein festanliegendes Haarnetz Obgleich sie keinen großen Wert auf ihr Äußeres zu legen schien Machte sie unbedingt den Eindruck Jemand zu sein Sie besaß das gewisse Etwas Das sich schwer erklären lässt Während sie zusammen zum Haus gingen Bemerkte Pwarrer schüchtern Es kann nicht leicht sein für sie Fremde in ihrem ehemaligen Haus wohnen zu sehen Mrs. Folliart antwortete erst nach einer kurzen Pause Ihre Stimme war klar und deutlich und erstaunlich kühl So vieles ist nicht leicht Mpwarrer sagte sie 4 Mrs. Folliart ging voran ins Haus und Pwarrer folgte ihr durch eine Tür auf der linken Seite die zuerst in einen kleinen reizend möblierten Salon und dann in ein großes Wohnzimmer führte das voller Leute war Ein lebhaftes Stimmengewirr herrschte Alle schienen gleichzeitig zu sprechen George sagte Mrs. Folliart Das ist M. Herkule Pwarrer der uns freundlicherweise helfen will Sir George Stubbs Sir George der gerade mit lauter Stimme gesprochen hatte drehte sich rasch um Er war ein großer Mann mit einem lebhaften roten Gesicht und einem Bart der irgendwie nicht zu ihm zu passen schien und durch den er den Eindruck eines Schauspielers machte der sich noch nicht recht entschieden hat ob er den Land Edelmann spielen soll oder den ungehobelten Naturburschen aus den Kolonien Bestimmt hätte man ihn trotz Michael Wehmanns Bemerkung nicht für einen Seemann gehalten Sein Benehmen und seine Stimme waren jovial aber seine kleinen durchdringenden blauen Augen hatten einen gerissenen Ausdruck Er begrüßte Pwarrer herzlich Wir freuen uns außerordentlich dass es ihrer Freundin Mrs. Oliver gelungen ist sie herzulotsen sagte er Das war wirklich eine glänzende Idee Sie werden eine enorme Attraktion sein Er sah sich etwas suchend um Häti Er wiederholte den Namen in einem etwas schärferen Ton Häti Lady Stubbs saß von den anderen etwas entfernt in einem bequemen Sessel Sie schien sich für die Vorgänge im Zimmer nicht zu interessieren und blickte lächelnd auf ihre Hand die auf der Sessellehne lag Sie drehte sie hin und her so dass sich das Licht im grünen Schimmer des Smaragdringes an ihrer linken brach Jetzt blickte sie mit einem leicht erstaunten kindlichen Ausdruck auf und sagte Ich freue mich ihre Bekanntschaft zu machen Pwarrer beugte sich über ihre Hand Danach machte Sir George ihn mit den übrigen Anwesenden bekannt Mrs. Masterton Mrs. Masterton war eine imposante Frau die Pwarrer ein wenig an einen Bluthund erinnerte Sie hatte einen vorstehenden Unterkiefer und große, traurige, leicht blutunterlaufene Augen Sie neigte sich grüßend und setzte dann ihre Unterhaltung fort Sie hatte eine tiefe Stimme die Pwarrer wiederum an das Anschlagen eines Bluthundes erinnerte Dieser alberne Streit um das Teezelt muss beigelegt werden Jim stellte sie mit Entschiedenheit fest Sie werden Vernunft annehmen müssen wir dürfen es nicht zulassen dass unser Gartenfest ein Fiasko wird weil sich die Frauen aus dem Dorf nicht einigen können Sehr richtig erwiderte der Mann an den ihre Worte gerichtet waren Captain Warburton stellte Sir George vor Captain Warburton der eine karierte Sportjacke trug und ein Pferdegesicht hatte lächelte und entblößte dabei eine stattliche Anzahl weißer Zähne dann wandte er sich wieder Mrs. Masterton zu Machen Sie sich keine Sorgen ich werde die Angelegenheit in Ordnung bringen sagte er ich werde Ihnen zu reden wie ein guter Onkel wo wollen wir das Zelt der Wahrsagerin aufstellen? bei der Magisternoli oder am anderen Ende der Wiese bei den Rododentronsträuchern Sir George führte Poirot zu einem jungen Paar M.A. und Mrs. Legg M.A. Legg war ein hochgewachsener junger Mann dessen Gesicht sich in Folge von Sonnenbrand stark schälte er lächelte liebenswürdig seine Frau ein reizvoller sommersprossiger Rotschopf nickte freundlich um sich gleich darauf in eine lebhafte Auseinandersetzung mit Mrs. Masterton zu stürzen ihre sympathische helle Stimme und Mrs. Masterton Spellen klangen wie ein Duet auf keinen Fall bei der Magisternoli das ist eine Sackgasse man muss die Zelte unbedingt etwas verteilen falls Schlangen entstehen sollten aber es wäre viel kühler wenn die Sonne voll auf das Haus scheint die Wurfbude mit den Kokosnüssen darf nicht zu dicht am Haus sein die Jungen schleudern die Nüsse mit aller Gewalt und das ist Miss Brevis der wir alle gehorchen müssen erklärte Sir George Miss Brevis saß hinter dem silbernen Teeservice sie war eine magere tüchtig aussehende Frau um die 40 mit einer frischen freundlichen Art sehr erfreut Empwarer sagte sie ich hoffe sie hatten eine angenehme Reise um diese Jahreszeit sind die Züge leider oft entsetzlich voll darf ich ihnen eine Tasse Tee geben Milch Zucker sehr wenig Milch und vier Stück Zucker bitte Madem Vasele während Miss Brevis seine Anweisungen ausführte fügte er hinzu wie ich sehe sind sie alle ungeheuer beschäftigt ja allerdings im letzten Augenblick sind immer noch so viele Dinge zu tun und außerdem sind die Leute heutzutage schrecklich unzufrieden verlässig die Lieferanten die für Zelte Stühle und Geschirr verantwortlich sind müssen ununterbrochen gemahnt werden ich habe den halben Morgen am Telefon verbracht was ist mit den Flöcken für die Minigolfanlage Amanda fragte Sir George das geht alles in Ordnung Sir George M.A. Benson vom Golfclub war sehr hilfsbereit sie reichte Pwarrerhü die Tasse ein Sandwich M.Pwarrerhü diese hier sind mit Tomaten belegt und diese mit Leberpastete aber vielleicht möchten sie lieber ein Stückchen Kuchen sagte Miss Brevis sich an die vier Stücke Zucker erinnernd Pwarrerhü zog Kuchen vor und er nahm sich ein Sahnetörtchen er balancierte das Törtchen vorsichtig auf der Untertasse durchquerte das Zimmer und setzte sich neben Ladies Tubs sie war noch immer damit beschäftigt das Licht auf dem Smaragdring spielen zu lassen wunderschön finden sie nicht auch meinte sie er hatte sie aufmerksam beobachtet sie trug einen großen dunkelroten chinesischen Kulihut der einen rosa Schimmer auf ihr Blicks Gesicht warf sie war stark zurecht gemacht auf eine unengleiche exotische Art schneeweiße matte Haut tiefrote Lippen lange schwarz gefärbte Augenwimpern unter dem Hut sah man den Ansatz ihres glatten fest anliegenden schwarzen Haares ihr Gesicht war von fremdhaltiger Schönheit sie war ein Kind der tropischen Sonne das zufällig in ein englisches Wohnzimmer verbannt worden war aber als sie ihn anblickte stutzte Poirot ihre Augen hatten einen seltsam starren Ausdruck sie hatte ihre Frage auf eine vertraulich naive Art gestellt und Poirot sprach zu ihr wie zu einem Kind ja es ist ein besonders schöner Ring bestätigte er sie schien sich über seine Antwort zu freuen George hat ihn mir gestern geschenkt erzählte sie ihm leise als wäre es ein Geheimnis er macht mir viele Geschenke er ist sehr gut zu mir Quarrowe blickte noch einmal auf den Ring und auf die ausgestreckte Hand auf der Sessellehne die Nägel waren sehr lang und dunkelrot fast braun lackiert ganz unvermittelt kam ihm der Satz in den Sinn sie säen nicht sie ernten nicht er konnte sich Lady Stubbs wahrhaftig nicht bei der Arbeit vorstellen sie war eine Lilie auf dem Felde nein das stimmte auch nicht dazu war sie viel zu unnatürlich ein sehr schöner Raum Madame sagte er und sah sich bewundernd um finden sie meinte Lady Stubbs gleichgültig ihre Aufmerksamkeit konzentrierte sich immer noch auf den Ring mit schiefgelegtem Kopf beobachtete sie das funkelnde grüne Feuer während sie ihre Hand hin und her bewegte sehen sie er zwinkert mir zu bemerkte sie mit verschwörer Miene sie begann laut zu lachen und Quarrowe empfand einen leichten Schock es war ein grelles unkontrolliertes Lachen Sir George rief von der anderen Seite des Zimmers Häti seine Stimme war zwar freundlich aber gleichzeitig etwas vorwurfsvoll Lady Stubbs hörte auf zu lachen der von Sahire ist ganz bezaubernd finden sie nicht sagte Quarrowe gewandt während des Tages ist es ganz nett entgegnete Lady Stubbs wenn es ausnahmsweise mal nicht regnet aber leider gibt's hier keine Nachtlokale machen sie sich viel aus Nachtlokalen oh ja versicherte Lady Stubbs eifrig und warum wenn ich fragen darf wegen der Musik und weil man dort tanzen kann und sich elegant anziehen und Schmuck tragen und alle anderen Frauen haben auch Ringe und Ketten aber nicht so schöne wie ich sie lächelte außerordentlich zufrieden und Quarrowe hatte plötzlich Mitleid mit ihr diese Dinge machen ihnen Freude oh ja und ins Casino gehe ich auch gern warum gibt's in England keine Casinos das habe ich mich auch schon gefragt entgegnete Quarrowe seufzend Casinos würden sich wohl nicht mit dem englischen Volkscharakter vereinbaren lassen sie sah ihn verständnislos an dann flüsterte sie vertraulich in Monte Carlo hatte ich einmal 60.000 Franken gewonnen ich habe auf die Nummer 27 gesetzt und bei der ist die Kugel gelandet das muss sehr aufregend gewesen sein Madame und wie George gibt mir Geld zum Spielen aber meistens verliere ich sie sah betrübt aus wie traurig ach es spielt eigentlich keine Rolle George ist nämlich sehr reich es ist schön reich zu sein finden sie nicht sehr schön erwiderte Quarrowe wenn ich nicht reich wäre sähe ich vielleicht wie Amanda aus sie streifte Miss Brevis mit einem nachdenklichen Blick sie ist furchtbar hässlich finden sie nicht in diesem Augenblick sah Miss Brevis auf und zu ihnen herüber Lady Stubbs hatte nicht laut gesprochen aber Quarrowe fragte sich ob Miss Brevis sie vielleicht doch gehört hatte dann fiel sein Blick auf Captain Warburton der ihn belustigt und ironisch ansah Quarrowe versuchte die Unterhaltung auf ein anderes Gebiet zu lenken haben sie viel mit den Vorbereitungen für das Gartenfest zu tun gehabt Häti Stubbs schüttelte den Kopf nein ich finde das alles schrecklich dumm und langweilig wir haben genügend Hausangestellte und Gärtner sollen die doch arbeiten aber meine Liebe meinte Mrs. Folliard die zu ihnen herübergekommen war und sich aufs Sofa gesetzt hatte das sind wohl die Vorstellungen mit denen sie zu Hause auf ihrer Plantage aufgewachsen sind das Leben in England ist heutzutage leider anders ich wünschte es wäre nicht so sie seufzte jetzt muss man fast alles selbst tun Lady Stubbs zuckte die Achseln das finde ich scheußlich wozu ist man dann reich manchen Leuten macht es Spaß zu arbeiten sagte Mrs. Folliard und lächelte ihr zu mir zum Beispiel nicht alles natürlich aber ich arbeite gern im Garten und die Vorbereitungen für das morgige Fest machen mir auch Freude wird es wie eine Gesellschaft sein fragte Lady Stubbs hoffnungsvoll genau wie eine Gesellschaft mit sehr sehr vielen Gästen wie beim Rennen in Eskat mit großen Hüten und eleganten Toiletten nicht gerade wie Eskat antwortete Mrs. Folliard dann fügte sie freundlich hinzu aber sie müssen versuchen das Landleben zu genießen Häti sie hätten uns heute Morgen helfen sollen anstatt bis zum Nachmittag im Bett zu bleiben ich hatte Kopfschmerzen bemerkte Häti vorwurfsvoll dann änderte sich ihre Stimmung sie lächelte Mrs. Folliard unvermittelt zärtlich zu und sagte morgen werde ich brav sein ich werde alles tun was sie mir sagen das ist sehr lieb von ihnen mein Kind ich habe ein neues Kleid es ist heute früh angekommen kommen sie mit nach oben ich möchte es ihnen zeigen Mrs. Folliard zögerte Lady Stubbs sagte eindringlich sie müssen kommen bitte es ist ein ganz entzückendes Kleid bitte kommen sie jetzt gleich also gut Mrs. Folliard lächelte und stand auf während die kleine zierliche Mrs. Folliard der großen stattlichen Häti folgte warf Pwarrö einen Blick auf das Gesicht der alten Dame und war erstaunt über den müden Ausdruck der an die Stelle des freundlichen Lächelns getreten war es war als hätte sie sich für einen Augenblick entspannt und die Gesellschaftsmaske fallen lassen und doch schien es ihm mehr als das zu sein vielleicht hatte sie ein Leiden über das sie wie so viele Frauen niemals sprach sie war bestimmt kein Mensch der Mitleid erregen wollte dachte Pwarrö Captain Warburton ließ sich in den Sessel fallen aus dem Häti gerade aufgestanden war auch er sah den beiden nach aber sein Blick galt nur der jüngeren Frau und er sagte mit einem leichten Grinsen schönes Geschöpf finden sie nicht dann warf er einen schnellen Blick zur Gartentür durch die Sir George von Mrs. Masterton und Mrs. Oliver gefolgt soeben das Zimmer verließ hat dem alten George Stubbs mächtig den Kopf verdreht nichts ist zu kostbar für sie Juwelen Nerzmantel alles was gut und teuer ist ob er weiß dass sie nicht ganz richtig im Kopf ist hab ich nie herausgefunden wahrscheinlich denkt er dass es sowieso nicht darauf ankommt diese Finanzgenies sehnen sich ja wohl nicht nach einer intellektuellen Gefährtin was ist sie für eine Landessermännin? fragte Pwarrö neugierig ich finde sie sieht aus wie eine Südamerikanerin aber ich glaube dass sie aus Westindien stammt von irgendeiner der Inseln von denen Rum und Zucker kommen sie soll aus einer alten Familie sein Kreolin kein Halbblut auf diesen Inseln ist natürlich alles versippt und verschwägert daher die geistige Unzulänglichkeit die junge Mrs. Legg gesellte sich zu ihnen sie müssen mir beistehen Jim bat sie das Zelt muss unbedingt auf der anderen Seite des Rasens bei den Rhododentronbüschen stehen es ist der einzig mögliche Platz leider ist Mrs. Masterton anderer Ansicht dann müssen sie sie vom Gegenteil überzeugen Mrs. Masterton ist meine Vorgesetzte sagte er mit einem verschmilzten Lächeln Wilfried Masterton ist ihr Vorgesetzter er ist der Parlamentsabgeordnete das ist richtig aber sie hat die Hosen an davon kann ich ein Liedchen singen Sir George kam durch die Gartentür ins Zimmer zurück ach, hier sind sie Sally sagte er wir brauchen sie man sollte es nicht für möglich halten dass ihr euch alle darum streitet wer die Brötchen streichen soll und wer den Kuchen versteigern wird und verlangt dass die Obstbude anstatt der Würfelbude an einem bestimmten Platz stehen muss wo ist Eme Folliat sie kann vielleicht mit diesen Leuten fertig werden sie ist die einzige der ich das zutraue sie ist mit Häti nach oben gegangen ach so Sir George sah sich hilflos um und Miss Brevis die gerade beim Schilderschreiben war sprang auf und sagte ich werde sie holen Sir George vielen Dank Amanda Miss Brevis verließ das Zimmer ich brauche noch mehr Gitterdraht murmelte Sir George für das Gartenfest nein nein um das verrostete Gitter auszubessern das unseren Wald von der Jugendherberge trennt da ist eine Stelle wo sie durchkriechen und auf unser Gebiet kommen wer kriecht denn durch unbefugte Personen sie reden wie Betzidrotwodl wenn sie ihren Feldzug gegen die Esel führt meinte Sally Leck belustigt Betzidrotwodl wer ist das? fragte Sir George Charles D.C. Kenz ach D.C. Kenz ja die Pickquicks Papers hab ich gelesen gar nicht schlecht aber Spaß beiseite diese Eindringlinge nehmen wirklich überhand seitdem da drüben die Jugendherberge ist sie kommen von überall her und tragen die unmöglichsten Hemden heute früh erschien ein Junge dessen Hemd über und über mit Schildkröten bedruckt war ich wollte meinen Augen kaum trauen und hatte fast das Gefühl zu tief ins Glas geguckt zu haben und die meisten können nicht mal richtig Englisch er imitierte oh bitte schön können mir vielleicht sagen ist diesweg zu faire ich sage ärgerlich nein das sei nicht der Weg zur Fähre und sie möchten gefälligst dahin zurückgehen wo sie hergekommen sind aber dann starren sie mich nur fassungslos an und verstehen kein Wort und die Mädchen kichern alle Nationalitäten sind vertreten Indianer Jugoslawien Holländer Finnen wahrscheinlich auch Eskamöse ereiferte er sich schon gut George fangen sie jetzt nur nicht an sich aufzuregen beschwichtigte ihn Mrs. Legg ich werde ihnen helfen mit den wilden Weibern fertig zu werden sie ging mit ihm zur Gartentür drehte sich aber noch einmal um und rief zurück kommen sie mit Jim lassen sie sich für den guten Zweck in Stücke reißen ich komme gleich ich möchte nur ein paar Einzelheiten über die Mörderjagd erzählen weil er ja die Preise verteilen wird das können sie doch später auch noch tun ich werde hier auf sie warten sagte Poirot liebenswürdig als sie gegangen waren wurde es still im Raum Elik Legg sah aus dem Fenster und seufzte und wozu das alles? wegen eines dummen Gartenfestes das niemanden interessiert aber gewisse Leute scheint es doch zu interessieren bemerkte Poirot warum können die Menschen keine Vernunft annehmen? warum können sie nicht denken? die Welt ist in einem furchtbaren Zustand sieht denn keiner dass die Bewohner dieser Erdkugel Selbstmord begehen? Quarerö nahm mit Recht an dass auf diese Frage keine Antwort erwartet wurde er schüttelte nur nachdenklich den Kopf wenn wir nicht etwas unternehmen bevor es zu spät ist Elik Legg unterbrach sich sein Gesicht nahm einen ärgerlichen Ausdruck an er sagte ja, ja, ich weiß was sie denken dass ich nervös bin neurotisch ich weiß Bescheid diese verdammten Ärzte haben mir Ruhe verordnet Luftveränderung Seeluft daraufhin sind Sally und ich hierher gefahren haben das Milkut Tage für drei Monate gemietet und das Rezept befolgt ich habe geangelt gebadet lange Spaziergänge gemacht in der Sonne gelegen dass sie in der Sonne gelegen haben ist mir bereits aufgefallen stellte Quarerö höflich fest ach, deshalb Elik fuhr sich mit der Hand über sein verbranntes Gesicht das ist das Resultat eines ausnahmsweise schönen englischen Sommers aber was hat das alles für einen Sinn man kann der Wahrheit nicht entgehen indem man vor ihr davonläuft nein es ist immer sinnlos davon zu laufen und hier auf dem Land wird einem das alles erst richtig klar die unglaubliche Apathie der Menschen selbst Sally die sehr intelligent ist hat diese Einstellung wozu soll man sich aufregen sagt sie immer das treibt mich noch zum Wahnsinn wozu soll man sich aufregen und warum regen sie sich eigentlich so auf grundgütiger sie auch nein ich will ihnen keine Ratschläge geben ich möchte nur ihre Antwort hören begreifen sie nicht dass irgendjemand etwas unternehmen muss und sie sind derjenige nein nicht ich persönlich in diesen Zeiten kann man die Dinge nicht persönlich nehmen warum nicht selbst in diesen Zeiten ist man immer noch eine Person aber man sollte es nicht sein in schweren Zeiten wenn es um Leben und Tod geht darf man nicht an seine eigenen unbedeutenden Krankheiten oder Sorgen denken ich versichere ihnen dass sie Unrecht haben im Krieg während eines schweren Luftangriffs dachte ich viel weniger an den Tod als an ein schmerzendes Hühnerauge am kleinen Zeh ich war damals selbst darüber erstaunt und ich sagte mir denk daran dass der Tod jeden Augenblick kommen kann aber ich konnte den Gedanken an das Hühnerauge beim besten Willen nicht verbannen ja ich war sogar beleidigt dass ich außer der Todesgefahr auch noch Schmerzen aushalten musste und gerade weil der Tod vielleicht ganz nahe war bekam jede persönliche Kleinigkeit meines Lebens eine besondere Bedeutung ich habe einmal eine Frau nach einem Unfall mit gebrochenen Beinen auf dem Fahrdamm liegen sehen aber sie fing erst an zu weinen als sie eine Laufmasche in ihrem Strumpf entdeckte das beweist nur wie töricht die Frauen sind das möchte ich nicht sagen an solchen Zwischenfällen sieht man wie die Menschen wirklich sind vielleicht hat die menschliche Spezies nur wegen ihres Interesses an den alltäglichen Kleinigkeiten den endgültigen Untergang überlebt Eliklek lachte verächtlich manchmal halte ich das für einen Jammer man könnte dieses Interesse auch Bescheidenheit oder sogar Demut nennen fuhr Pvarö unbeirrt fort und Demut ist eine gute Eigenschaft während des Krieges gab es in England ein Schlagwort das in Untergrundbahnen und Zügen zu lesen war alles hängt von dir ab es war soweit ich mich erinnere von einem bedeutenden Geistlichen geprägt worden aber nach meiner Meinung war es ein gefährliches und falsches Prinzip denn es stimmt nicht es hängt nicht alles von sagen wir der Hausfraus mit ab wenn man ihr das weismachen will wird man ihren Charakter verderben während sie drüber nachdenkt wie sie ihre Rolle im Weltgeschehen spielen kann wirft ihr Baby den Kessel mit kochendem Wasser um ihre Ansichten sind ziemlich altmodisch Empvarö was wäre denn ihr Schlagwort ich brauche kein neues Schlagwort zu erfinden ich kenne ein altes das mir genügt und das lautet vertrau auf Gott und halte das Schießpulver trocken so so Eliklek schien belustigt sehr unerwartet aus ihrem Mund wissen sie was ich in diesem Land durchsetzen möchte dass jeder schwachsinnigen Person verboten wird Kinder zu zeugen wenn es auch nur für die Dauer einer Generation ausschließlich den intelligenten Menschen gestattet wäre sich fort zu pflanzen würde man erstaunliche Resultate erzielen und die Anzahl der Patienten in den Irrenhäusern würde sich verdoppeln sagte Parö trocken eine Pflanze braucht nicht nur Blüten sondern auch Wurzeln Emmerleg wie schön und groß die Blumen auch sein mögen wenn die Wurzeln zerstört sind wird die Pflanze nie wieder blühen er fügte in leichterem Ton hinzu würden sie Lady Stubbs als Kandidatin für ihre Maßnahmen bezeichnen allerdings welchen Wert hat eine solche Frau was hat sie zum allgemeinen Wohl beigetragen hat sie jemals an etwas anderes als an Schmuck oder Kleider gedacht hat sie eine Existenzberechtigung sie und ich sind zweifellos klüger als Lady Stubbs bemerkte Parö sanft aber finden sie nicht fuhr er mit einem traurigen Kopfschütteln fort dass wir nicht annähernd so dekorativ sind dekorativ begann Elik verächtlich aber er wurde durch das Wiedererscheinen von Mrs. Oliver und Captain Warburton unterbrochen